einen wunderschönen guten abend meine damen und herren ich begrüße euch zum let's play und wer begrüßt euch noch der kleine kumpel hallo und steve hat sich wieder als erstes gesehen niemals würde ich niemals machen begrüße dich so wie es um jetzt in der alte deine mittel sind irgendwie jetzt sind die immer noch eine war ein kind und das andere war eine frau also ich würde fast auf dem das war meine tochter mit meiner frau also du glaubst müssen wir noch nicht oder doch doch ja ja ich glaube das sofort und ich glaube das immer noch so wie letzte folge danke partner needs more space und warum kann meine meine richtigen körperteile in echt meine nase krabbelt zur scheiße ich will krabbel die ich halte die gleich voll ins waschbecken und dann komme ich wieder ich habe mein problem aber du hast jetzt auch gesehen oder oder ja oder husten wir haben ein problem wir haben mussten wir haben ein problem die medikamenten sind alle ich habe wieder ein furs auf der kamera ich fasse es nicht die füße hier ja das zum thema doch füße steve professionalität das ist die katze die ist völlig wie sau aber die spiel sagen die herum links siehst du auch oder was das ist ja das spiel sagen hier hier vor mir liegt ein sinnsoldat da liegt eine feuerwehr auto bei dir weiter hier war da wo ich stehe genau unter meine füßen da guckt da liegt ein grüner zinnsoldat bei dir im zimmer oder was nein hier im spiel guck hier da liegt niemals ein wirst du verarschen dass ich nicht verarschen von dir alter hier sein hier sein rotes flugzeug das hast du gerade weggetreten also wenn ihr das rote flugzeug sehen wollt dann hier nicht weil ich gehe nach was du nimmst hier ist ein dreirad siehst du das zumindest ein dreirad ja ja guck mal hinten hängt bananen und dort wächst ein fisch aus dem beton verarschen kann ich mich auch selber ja das ist auch der richtige das sind gerade ein fegerbein kreuz du andere frage hier oben drüber steht schrecklich hey 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 wo denn hier oben da so alles da steht das ist weniger davon nehmen definitiv da steht doch wirklich der fabi hast mich ja ja schon klar ich habe ich angst dass ich gerade hier ein bisschen psychopatisch mit diesem spiel drauf gehe ich habe gedacht ich habe was gehört hat gerade jemand gesagt warum hast du mir wehgetan ob ich meiner freundin erzählen sollte dass er jetzt gerade mit dem video ist wie sie geküsst habe also ich habe gerade gesagt warum hast du mich nee warum hast du mich getötet oder irgendwas anders ja das sind soldaten hier siehst du oder ich sehe den scheiß ich habe auch keinen platz dafür hier gerade zum hochklettern du bist du mich hier ist ein zinssoldat wo sie den hier vorne genau hier nein alter bei mir ist doch nichts bei mir ist er wirklich nichts ich glaube du nimmst mich auf aber die ganzen okay das wollte uns gerade erschrecken aber die geschenke sie ist die zumindestens ich sehe hier ein totes komisches eckliches hier an der wand hängen bilder drei stück einmal mit einer frau mit einem sohn dann sehe ich eine familie oder sie mit euch ja die sehe ich dort in der mitte nah was dort in der mitte bist du oder nein hier unten da da unten da ach ja genau sehe ich ja rechts hängen auch bananen ich sehe die wirklich aus dem warum nennst du mich böses das loch das ist fies ich muss ein du stellst mich hier hin als wäre ich verrückt da spielen wir uns wir uns physiologisch austräglich ziehen und uns gegen uns stellen auf dem video bist du hier andere weg andere weg es ist gefeilt es ist fowling ja ah man was gesehen ja wo ist noch einer irgendwo ist noch einer das cool oder? das ist übelst für eine Dingensappel so bam 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 wats 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 hier steht wieder so zünsel da das zeigt ok es warum? wank das ist dein Schwarzboot hier vorne? hm oh ja oder nein nein meiners ist auch nicht ok dann würde ich sagen fehlen ne aber das gerade immer rein schrottboot ach schrottboot wo ist der rein? ja hier die krabbelpächer die absetzen ok ach hier doch ist meiner ich hab's gewusst hey john you said you were going to be gone 3 hours it's been 3 days Was schlabern die da? John? John! Gott dammit! Gott dammit! Gott dammit! So! Ehe? Da heißt er doch von uns schon, ne? Nö! Bist du oder bist du John? Keine Ahnung. Kleiner John. So, hier vorne steht ein großer Zinnsoldat. Natürlich siehst du nicht, wie ich dich kenne. Nee, ich sehe keine Zinnsoldaten. Bei mir sind die echt nicht da. Wie sehen die aus? Warte! Wie so ein Zinnsoldat mit beroten Jacke und irgendwie so ein bisschen auf Saw gemacht. Okay, ich dachte du meinst hier Weihnachtsmann. Ja, das ist aber auch halt ein bisschen komisch angemalt. So ganz kurios. Okay. Irgendwie. Ich muss sagen, ich krieg ja wirklich langsam Psycho Angst bei diesem Spiel. Ich auch. Alter! Kein nix dafür, wenn du nicht... Hier unten steht ein Auto. Hier unten steht ein Auto. Hier unten stehen noch mehr als den Soldaten. Ist der Sonne mit runtergefahren? Na klar! Verhältlich dumme Lache, oder? Oh oh! Ah! Hilfe! Rette mich! Niemals! Rette mich! Die sind über stark! Die sind über stark! Loll, die gehen nicht kaputt! Boah! Dankeschön Kleine Foto, du bist nett! Ja, du bist auch! Zack! Jetzt geschnetteltes! Hier stehen zwei riesengroße Geschenke neben dir. Aber das Auto siehst du, oder? Ja! Da leben bei mir auch riesengroße Geschenke dran. Ich sehe... Humor... Ne, Kumor oder Humor? Was? Diese, diese, diese fähig Stingring. Siehst du es nie? Das Ding hier! Das hier! Ja! Das ist bei mir ein Geschenk! Krass! Ja! Wie ein Geschenk! Ein Geschenk! Ein Geschenk mit einer schönen roten Schleife! Eingepackt! Boah! Das genau das hier! Die drei hier auch! Die sind drei Stück! Drei große Geschenke! Bei mir sind die nicht eingepackt! Bei mir sind die einfach nur... Steht die Humanen drauf! Und Gefahrgut drin! Und... Ja! Okay! Was... Was... Warum ist das so bei dir? Ja! Wenn ich es wüsste, sage ich dir Bescheid! Okay! Okay! So! Das ist Wahnsinn! Okay! Nichts los! Ne! Bis jetzt noch mal ruhig! Irgendwie! Ich bin ein Mili! Ich bin ein Mili! Ich bin ein Mili! Was bist du? Mili! Das ist ein Mili! Ein Mili! Weißt du was ein Mili ist? Ne! Das ist einer der Nahkampfattacke macht! Oh! Er lebt noch! So! Ich habe auch keine Mili mehr für meine Mili-Attacke! Ich habe auch keine Mili mehr für meine Mili-Attacke! Alles sowieso lebt! Boah! Bäm! 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 Deine Nahkampfattacke braucht Munition! Ist natürlich auch nicht schlecht! Tja! Aber jetzt habe ich was dafür! Starkisch! Okay! Ich habe gerade keine Ahnung wo ich hier bin! Tja! Was macht mir gerade... Ein bisschen Angst! Gut! Dass du da bestimmt der Ähnlichste bist! Ne! Also ich weiß immer wo es lang geht! Du weißt immer wo es lang geht! Von wo sind wir jetzt gekommen? Von da hinten! Von dort irgendwo! Von da? Von da hier so! Ah ja! Ja genau! Von dort halt! Okay! Oh! Das machst du jetzt! Klasse! Jawoll! Und? Zumindest müssen wir jetzt auch schon mal hier rein! Äh! Äh! Oh! Irgendwas war da falsch! Ich war es aber nett ne? Ja ja! Das war unsere! Ich war das wirklich nett! Hm! Das glaube ich nicht mehr! Ach ne! Und jetzt? Ja! Keine Ahnung! Hier stehen Zinssoldaten wieder! Was bei dir alles rumsteht! Ja! Geschenke und Zinssoldaten! Ja! Genau da stehen Zinssoldaten! Bei mir nie! Was sagt? Ich soll hier rein gehen! Okay! Du hast den eigenen Freund quasi! Der mit dir redet! Ich hab... Naja! Nicht wirklich! Eigentlich gerade nicht! Ein mitlaufen! Ein Freund halt! Bei dir neben dir! Ich find's eigentlich gerade nicht so interessant! Nee! Nee! Irgendwie bisschen leicht! Psycho! Psycho! Melakonisch! Dramatisch! Psycho! Ja! John! Das klingt doch wie ich oder? Ja ja! Klar! Ich hab was gehabt! Für Dings? Ja ja! Das klingt doch wie ich oder? Ja! Ganz leicht! So! Heiter, weiter, würd ich sagen! Oder! Oh! Wow! 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 Was bei dir auch? Wow! Hilfe! Die Antikeffin! Ich auch, ich auch! Ich auch ich... Ich bin noch im Grund! Eindrücken, Eindrücken, Eindrücken! Eindrücken, Eindrücken! Eindrücken, Eindrücken! Eindrücken! Ist das bei dir auch so ruhig alles? ich habe eine spontane nade auf mich geworfen und dachte naja ist eigentlich ganz schön mal zu sterben das ist ich fand schön aber das hat es jetzt bei dir auch so gelblich geleuchtet das gelbe leuchten ja also was du rotes leuchten gelbes leuchten grünes leuchten sind und geschenke ja wenn du sonst noch verrückt oder was was hat man dir angetan wo scheiße und drücke diese taste ich nehme eine andere waffe so wie ihr fliegt mir einen kommentar an dass wir uns beten dass ich schon bald sein naja er bringt mir verbringt sich also gegenseitig selber da und ich habe es in der leiter vor mir die nächste versuche leiter geil so der erste weg war schon wieder so ein kackvieh die kompott der kompott leuchten hier ganz kurios ich heiße schon schon mal das ist ja zumal es amtlich wenn wir das gerade irgendjemand gesagt gewaltert schon die porti hat noch gar nicht angefangen hast du das gehört ne ab jetzt macht mir angst mir macht das irgendwie schon so ein minuten angst aber hey manche minuten okay weiter oder und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal wenn ich weiß let's play mit kleinen kumpel und irgendwann mal die pt halt ja ja oder so oder so so würde und ob man den aufenthalt im vorstuhl überleben werden das sehen wir beim nächsten mal oder auch nicht oder auch nicht tschüss